Gute, Benni Freilinger hier vom Lagerverkauf Freilinger in Gießen. Heute mal Dienstag, wir machen einen Tag früher wegen, Donnerstag ist Feiertag. Absolutes Top-Angebot, 400 Gramm luftgetrocknete Ringsalami aus Frankreich für nur 2,99 Euro. Ihr spart hier 4, 5 Euro für so einen Ring. Wahnsinnspreis, absolut gut. Und Mühlenmett, Zwiebelmettwurst, Schinkenzwiebelmettwurst, genau. Kostet normalerweise fast 2 Euro, wir machen für euch 49 Cent. Wir haben veganes Mühlenhack, das ist tiefgefroren, daher noch ganz lange haltbar, 59 Cent für das vegane Mühlenhack. Der Hauchsschnitt, auch vegan natürlich, hier machen wir 49 Cent. Und Schinkensticker, bunte Paprika und Grillgemüse, auch 49 Cent. Dann haben wir hier die schönen Mühlen-Nuggets, vegan Mühlen-Crispies und Mühlen-Bratwurst, auch vegan. 1 Euro das Stück, ihr spart pro Packung über 2 Euro. Hier haben wir einen Knaller aus Frankreich, Le Tatar, feine Kräuter. Der kostet über 2 Euro normalerweise, weg damit 49 Cent. Aoste Sticado, High-Protein-Salami-Sticks. Da habt ihr hier wirklich viel Protein für ganz wenig Geld, denn die sind die Woche im Angebot 1 Euro nur. Könnt ihr auch in unserem Online-Shop, lebensmittel-sonderposten.de, abgreifen für den Preis. Weiter geht's mit Crunchchips Paprika von Lorenz. Lange Haltbarkeit und trotzdem halber Ladenpreis. Statt 1,99 Euro 1 Euro Laden und auch Online-Shop. Hier Marshmallow-Fluff, irgendeine Marshmallow-Creme aus Amerika, 1,79 Euro. Chips Ahoy Original-Cookies für 1,11 Euro. Hier noch ein Knaller Milka Schoko Jaffa, 147 Gramm, 59 Cent online und auch hier im Laden. Wir haben Original-Disney-Überraschungstüten. Verschiedene Motive hier, richtig toll. Statt 1,99 Euro für 75 Cent pro Tüte. Online und auch im Laden. Dann haben wir einen Mega-Knaller von Lind, Lindor Irish Cream. In Deutschland normal nicht erhältlich. 500 Gramm für 4,99 Euro im Laden und auch im Online-Shop. Das gleiche mit den Jahrespralinen von Lind. Und da haben wir 750 Gramm Balinen-Mischung für 4,99 Euro. Das ist wirklich gar nichts für so eine Tüte. Lindschokolade. Aus dem Hause Lamberts haben wir hier diese wunderschönen weißen Kartons. Drinnen haben wir diese Riesentüte. Gebäckbruch heißt das. Das ist aber nicht gebrochen. Das ist einfach Top-Ware. Da ist mal ein Keks dazwischen. Der ist durchgebrochen. Okay. Aber die Ware ist 1A. Schmeckt hervorragend. Ist immer bunt gemischt. 1.000 Gramm, 3,99 Euro im Laden und auch im Online-Shop. Dann haben wir hier aus Irland Mars und Twix Biscuits. Kosten normalerweise 3,29 Euro, 3,49 Euro und gibt es nicht in jedem Laden. Bei uns 1,99 Euro im Laden und auch im Online-Shop. Kinder Bueno, gratis. 2 Stück dabei. 8er Pack. Der 6er Pack. So viel. 6 Stück. 2,79 Euro. Regulärpreis im Discounter. Kostet bei uns immer 2 Euro. Letzte Woche war bei einem super Discounter der 6er Pack für 1,69 Euro im Angebot. Da haben die Leute geschimpft. Freilinger, du bist viel zu teuer. Obwohl das Ding bei uns jeden Tag 80 Cent billiger ist oder 79. Und einmal im Jahr oder zweimal im Jahr für 3 Tage im Angebot wird Theater gemacht. Deswegen habe ich mir gedacht, Ferrero, mach mal 2 Stück gratis rein. Und wir machen für euch 1,79 Euro. Damit sind wir dann noch günstiger wie der Discounter. Und Dauerpreis. Wir haben so viel gekauft. Das reicht für viele, viele Monate. Könnt ihr euch eindecken. Billiger hat das überhaupt niemand mehr. 8 Kinder Bueno, 1,79 Euro. Dann haben wir hier auch aus England. M&M's Schoko Eggs Crispy. Findet ihr nicht. Knaller Artikel, 187 Gramm. Kleingeld dafür 1,50 Euro nur. Weil so eine Tüte kostet fast 3,49 Euro normalerweise. Dann haben wir hier einen tollen Artikel. Der ist deswegen so toll. Der ist klein. Und die Industrie, die denkt sich ja, wir machen jetzt mal alles kleiner. Dann sind das Mitnahmeartikel. So hat mir mal einer gesagt. Dann kann man die gleich teurer verkaufen. Völliger Blödsinn. Aber normalerweise kostet diese Riesentüte Snickers Snack Mix auch im Laden normal nicht erhältlich. 2,99 Euro. Wir haben sie für den Euro günstiger. 1,99 Euro. Ist mal ein Gag auf jeden Fall. Dann haben wir hier einen Superkracher von Stiratini aus Italien. Bella Italia. Wunderbare Pizza Cracker hier. Kostet normalerweise 1,99 Euro in eurem Lieblingsdiscounter oder wo auch immer. Wir machen einfach 79 Cent. Dann haben wir hier einen Knaller. Den gibt es in Deutschland auch nicht mehr. Die gab es mal früher. Twix Top ist ein sehr guter Artikel. Ist ein flacher Keks mit Schokolade oben drauf. Karamell drin. Schmeckt wirklich gut. Und ist ein 20er Karton. Und den gibt es auch in keinem Handel so. Und deswegen kostet er bei uns 3,99 Euro. Das ist auch nicht viel für 20 Twix Top. Weiter geht es mit guten Preisen. Oreo Golden. 176 Gramm. Kostet glaube ich 1,79 mal 1,99. Egal. Wir machen 88 Cent. Kaba Schokolade. Ich muss mich entschuldigen ihr Lieben. Letztes Mal habt ihr uns hier überrannt. Habt ihr diese Brause Schokolade mit Erdbeeren drin gekauft. Alles weg. Viele Leute sind leer ausgegangen und haben geschimpft. Freilinger. Was machst du mit mir? Meine Lieblingsschokolade im Angebot und schon ausverkauft. Wir haben nochmal hier ein paar Paletten nachziehen können. Und bieten diese traumhafte Schokolade für 49 Cent. Wedel aus Polen. Jawohl. Ihr habt richtig gehört. Es ist die Salty irgendwas Caramel Schokolade für 50 Cent. Im Online Shop haben wir sogar, was haben wir da? Sechs Tafeln für 2,99. Weiter geht's. Milka Daim. Da gibt es hier noch, was machen wir da von Preis? Kollege, nicht 1,39. Nein, wir machen 59 Cent. Milka Daim Schokolade. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Das haben wir alles. Das haben wir alles. Oh, hier. Leibniz Cream. Das sind dunkle Kekse und helle Kekse. Gefüllt. Das sind die 18er Kartons. Da habt ihr 18 mal 38 Gramm. Ich glaube, das ist ein Doppelpack. Optimal auch für Automatenaufsteller und so weiter. Die Kiste für 5,99. 18 Stück drin. Das ist auf jeden Fall ein toller Preis. Hier machen wir weiter. Ferrero. Ich mag Ferrero. Schokobons White. 200 Gramm. Gibt's auch nicht mehr in den Läden. Das war Limited Edition. 3,79 haben die gekostet. Bei uns 2,99. Und hier Schokobons. 225 Gramm. Und 25 Gramm gibt's nochmal geschenkt. Und ihr spart 79 Cent an der Tüte. 3,79 auf 2,99 macht 80 Cent gespart. Sehr gut. Ah, hier. Hier haben wir ein Angebot. Warum ist das so günstig? Das MAD ist ziemlich kurz. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben hier noch richtig lange Zeit. Ungefähr noch 3 Tage bis zum 31. Mai. Und ihr könnt sie noch ein Jahr länger aufheben. Ist gar kein Problem. Und wer ganz schnell ist, der hat die in einer Minute aufgegessen. Ich brauche vielleicht 2. Aber ja. Ihr lieben 1,99. Normalerweise bei uns für einen Euro. Nehmt sie euch mit. Wenn ihr die mögt. Und ihr könnt die einfach lange aufheben. Das ist gar kein Problem. Nehmt. Haben wir alles. Wir haben alles. Das waren die Angebote. Nein. Patros Natur. Den gibt's auch noch. 180 Gramm. Den darf ich nicht vergessen. Der kostet so viel Geld. Dürfen wir gar nicht erwähnen. Wie teuer der normalerweise ist. Ihr holt euch den jetzt einfach ab. Weil der nicht mehr lange Datum hat. Für 79 Cent. Auf geht's. Abholen. Einfrieren. Oder essen. Lagerverkauf Freilinger Marburger Straße 127. Wir sind da Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr. Außer diesen Donnerstag. Da ist natürlich Feiertag. Und ihr schaut bitte unbedingt heute in den Online-Shop rein. Lebensmittel-Sonderposten.de Da haben wir ganz, ganz, ganz viele neue Artikel. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut. Euer Benni. Euer Benni.